so guten tag liebe freunde meine damen und herren guten tag wir haben uns vor einer woche gesehen und heute reden wir über meine neue fotos was habe ich gemacht gestern vorgestern und ob er dann so zuerst so wir reden über meine instagram fotos ich zeige es ihnen wie war denn ich habe den aufgenommen also zuerst und dann nach bearbeit mit meiner frau ein fotoshooting gehabt mit thema vampire und zwei landung licht war ein bisschen scheiß ich begrüß mein freund also der freund von meinem bruder danke dir vielen dank für die kritik der war die einzigste wer hat die konstruktive kritik gegeben zu mir was ich muss machen was ich muss noch gucken was muss noch lernen vielen dank noch mal ich zeige es euch nur von letzter paar bilder wie habe ich das gemacht nur so vor und nach mit meiner frau diese bilder das war auf unserem tisch wo wir essen den esstisch haben wir das gemacht mit drei kerzen und ein bisschen blut das war unsere blut geil ne und ich habe auf die idee für die bilder gekommen wenn meine frau das gekauft und sie trinkt das jeden morgen und schon gesehen das sieht aus wie so mittelstück blut habe ich gesagt komm mal etwas neues gut die inspiration kommt auch aus saft und die sind keine sponsern von mir aber es wird gut vielleicht saftsponsor für vampir fotografie geil ja es war blut für alles so für mein testo mein handauf fotos ist bisschen zu viel aber sei es egal bei mir war geil ich habe alles in lightroom gemacht nur ich habe diesen zahlen hier diese vampir zahlen in photoshop gemacht das war nicht so kompliziert das hat wirklich spaß gemacht gut machen wir jetzt weiter so erstes bild war diesen baum mit regen drauf und sieht wirklich schön aus das habe ich bisher ausgeschnitten wirklich gut aus hintergrund ist von mir aussieht super dann bild nummer zwei war diesen straßenlampe normalerweise diese licht drinnen habe ich gemacht licht das leuchtet das dritte bild ist einfach eine wand voll mit zweige und gelb orange blätter sehr schön dann habe ich einfach fokussiert an ein blatt blätter blatt ja baum blatt habe ich fokussiert und sah es wirklich schön aus von mir ich rede jetzt also meine persönliche meinung so diesem vierte bild ist einfach innerer tal von schloss wo wir kommen nicht rein weil wir haben keine führung gehabt schade sonst fünfte bild war von museum nach außen durch ein fenster und letzte bild also für mich einfach die schönste bild was ich habe gemacht in letzter zeit für mich persönlich diese kleine straßen mit diesen drei lampen im himmel und diesem uhr hier ja und morgen reisen wir nach ich sage euch noch nicht weil bleibt ja dabei wenn ihr wollt wissen wo wir morgen gehen ich mache ein video noch diese woche über die reise morgen was wir machen und dann werdet ihr sehen später das war es unten like subscribe follow share teilen folgen egal was abonnieren ich wünsche euch eine schöne woche noch und wir sehen uns irgendwann diese woche mach's gut